Der Roller überholt! Es juckt dir nicht! Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Motovlog! Ich bin heute auf einer anderen Maschine unterwegs. Nämlich die Maschine von Casio, der ein oder andere kennt sie vielleicht, die Maschine von ihm. Er fährt nämlich die S1000RR, Baujahr, weiß ich gerade gar nicht genau, 2013 oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht genau, ich habe ihn nicht gefragt. Auf jeden Fall ist sie natürlich auf 48 PS gedrosselt, ist klar. Und ja, ich falle mal meine ganzen Emotionen hier, die jetzt hier stattfinden. Waller, ich wollte jetzt ein Video rein, ich wünsche euch viel Spaß! Ey, der Quickshifter von ihm ist so nice! Ey, das ist so heftig geil! Ich lasse mal ein bisschen Abstand, damit ich einmal Gas geben kann. Ich bin im vierten Gang, bei 4000 Umdrehungen. Junge, Junge, Junge! Das fand ich einer in Vollgas! Junge, Junge! Ah, die fährt sich mega sanft! Richtig! Du merkst kaum was bei der so... Die hat so ein richtig schönes Fahrgefühl, muss man schon so sagen. Die hört sich richtig aggressiv an. So ein aggressives Summen von der Supersportler. Nicht so ein dumpfer Klang wie bei mir. Sondern so ein Summen. Oh, ist das schön, ey! So ein ganz anderer Sound als bei meiner, so richtig anders. Puh! 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 Mit den Spiegeln, die sehen zwar aus, als würde man da nichts drin sehen in den kleinen Dingern, aber man sieht besser als bei meinen Spiegeln. Man sieht alles. Außer, man kann nicht gucken, ob seine GoPro aufnimmt oder nicht. Ach Leute, was ich vergessen habe zu sagen, ihr solltet auf jeden Fall bei Casio aufm Kanal vorbeischauen. Ah, erstmal die Motorradfahrer grüßen hier. Auf jeden Fall bei Casio aufm Kanal vorbeischauen. Er fährt ja da vorne, fährt meine Maschine Probe. Ich schätze mal dazu wird auch ein Video kommen. Auf seinem Kanal. Ich habe ihn euch unten in der Videobeschreibung, habe ich ihn euch verlinkt. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, lasst ihm ein Abo da. Liebe von mir unter dem Video, wo er meine Maschine fährt, ne? Weil, muss sein. Support ist kein Wort. Ja. Das allerheftigste ist einfach mal, dass die Maschine, ich kann es euch jetzt mal zeigen. Ich bin im sechsten Gang. Selbst im sechsten Gang kommt die immer noch raus. Was? Das ist heftig. Das ist einfach tausender Power. In jedem Gang bissig. Wie wehlen wir die an den Armen. Aber ich muss sagen, man sitzt bequemer auf der BMW. Also im Vergleich zur R1 sitzt man hier bequemer drauf. Oh, die ist so böse. Hört sich so geil an. Top. Jawohl, der Fahrer hinter uns gibt auch Gas. Boah, was war das denn? Was macht Luisa? Was will die mir sagen? Aber Leute, wisst ihr was das Beste daran ist, dass ich die Maschine vom Casio fahre? Ich muss kein lästiges Kennzeichen zensieren die ganze Zeit. Weil ich sitze auf der Maschine drauf, dessen Kennzeichen zensiert werden muss. Das finde ich gut. Der Roller überholt. Es juckt ihn nicht. Ey, was macht der da, der Roller? So ein Vogel. Was für ein Ficker. Der Roller überholt einfach alle. Scheiße. Nein, wenn er gleich an meiner Maschine vorbeifährt, ne? Oh oh. Wie geil, ey. Er schnappt sich die einfach und überholt alles. No way! Ey, er hat einfach alles überholt, der Roller. Wie geil, ey. Was für ein Killer. Alles klar. So. Kleiner Test im dritten Gang. Power ist da. So. Von 60 auf 100 im dritten Gang in... Keine Ahnung wie vielen Sekunden, auf jeden Fall wenig. Alter, das ist krank. 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 Das Geile ist auch, dass man mehr Gasweg hat. Hehehe. Zum Refbomben ist das ganz praktisch. Franch. Schaffee. Geiles Teil. Geiles Teil. Schaff's mal wieder. Können wir machen. Krank. Alter, die wird richtig warm, gerade standen wir da ein Stück, ne? Die wird sehr schön zeraus. Ja, man. Oh. So, Alter, das ist schön kühl bei meiner Maschine. Die ist nicht so ganz so warm. Oh, mein Blinker ist an. Schön kühl bei meiner Maschine. Die bläst einem das nicht so ganz zwischen die Beine. War auf jeden Fall mal mega nice. Eine auf 48 PS gedrosselte S1000RR zu fahren. Ja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Beziehungsweise ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich wie jedes Mal über einen Daumen nach oben freuen. Daumen nach oben. Super gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Modovlog, Leute. Tschüssi. Diesmal war das Tschüssi dir aber richtig verkackt.